willkommen hier zu einer neuen ausgabe von der wöchentliche rahmen um sonntag wahrscheinlich nach 16 uhr eigentlicher 16 uhr hat leider mal wieder nicht ganz geklappt weil ich versuche das aber in zukunft ein wenig akkurater einzuhalten und vielleicht auch ein bisschen früher aufzunehmen als um 15 uhr 41 deswegen bin ich auch zu hause damit es heute pünktlicher kommt als beim letzten mal bin nicht unterwegs das wetter war auch nicht die ganze zeit so wirklich geil jetzt geht es so langsam ein wenig die wolken haben sich auseinander gerissen haben gesagt ja blauer himmel du hast noch eine letzte chance leider habe ich die chance jetzt nicht genutzt und verfüttere euch an mein grünes zimmerchen denn falls ihr im live stream schon mal mit dabei gewesen seid dann habt ihr gemerkt es ist grün und zwar ein grün was mir durchaus gut gefällt muss ich sagen auch gerade hier im bild sieht auf jeden fall deutlich ansprechender aus als die ollen weißen wände die da vorher waren und gefällt mir ganz gut wie gesagt ist noch alles nicht fertig beleuchtung ist noch nicht richtig da fehlt noch hier und da was und dann alles aufgehangen und sowieso und das wird sich hoffentlich irgendwann in den nächsten monaten legen dass es ein wenig geordneter ist und schauen wir einfach mal ihr werdet wahrscheinlich immer im live stream miterleben oder halt auch hier wenn ich nicht immer mich nach draußen bewege weil ist auch immer eine frage des zeitaufwandes ob jetzt die folge wöchentlicher rahmen hier drinnen passiert oder ob die unterwegs ist im prinzip wenn die unterwegs wäre würde ich dann trotzdem noch gerne ein bisschen nach bearbeiten wollen mit dass man die szenen hier dann reinschneiden kann aus den let's plays und auch eine sache die ich die letzten male nicht wirklich gemacht habe ist dass ich fragen beantwortet habe von euch wird heute auch wieder sehr kurz also wird eigentlich quasi gar nicht ausfallen aber eine sache will ich dann doch beantworten erst mal aber schauen wir uns an was gab es neues die letzte woche seit letzten sonntag oder halt ungefähr seitdem und zwar habe ich hatte ich in der woche vorher schon angefangen to the moon habe ich angefangen und habe ich da ja auch gesagt gehabt da das spiel sehr durch seine geschichte lebt eigentlich dass der kernpunkt des ganzen geschehen es ist das gameplay ist typisch rpg maker stil manchmal ein bisschen hakelig jetzt nichts berauschen ist aber es ging halt in erster linie um die geschichte dass man diese erfahrung hat und deswegen habe ich gesagt dass ich das spiel erst komplett durch spielen möchte bevor ich eure kommentare dazu lese und das habe ich jetzt auch gemacht ich habe es komplett durch gespielt und muss sagen es ist sehr schönes spiel gefällt mir sehr gut ein wenig traurig ein wenig sentimental angehaucht ich habe nicht geweint allerdings wurde mein hals auch so leicht los sich am ende wird man alles in der aufnahme auch hören und sehr schön sehr schöne sache könnt ihr euch gerne anschauen zeigt mir wieder dass grafik und gameplay nicht unbedingt das wichtigste in einem spiel sind und deswegen ich habe es komplett durchgespielt und werde jetzt eure kommentare auch alle nachlesen und mitverfolgen und auch antworten können wenn ihr da irgendwas schreibt und den leuten auf die fingern hauen die gespoilert haben weil ich weiß nicht ob das vorgekommen ist wie gesagt ich muss die kommentare noch lesen habe jetzt das vorgestern oder so zu ende gespielt und fehlt noch ein bisschen was hatte ich bisher noch keine zeit zu das zu lesen das dazu dann geht es weiter wir haben ich habe ein neues let's play angefangen und zwar hatte ich schon angedroht gehabt nach unreal 1 und return to napali war es ja schon klar oder habe ich ja schon gesagt dass unreal 2 auch kommen wird jetzt fing es tatsächlich mal an und hat schon die ersten paar folgen hier zu uns gebracht fing glaube ich am dienstag an hat also so geplant wie hat also so geklappt wie geplant und macht durchaus laune ich wurde wieder daran erinnert was mir an dem spiel nicht so gut gefallen hat aber es gibt auch andere stellen die mir besser gefallen haben als die erinnerung ist doch mir gesagt hat und deswegen freue ich mich dass ich das mal wieder durchspielen kann mit euch zusammen nehmen euch einfach mit einer ein klassiker ist es nicht aber es ist halt ein nachfolger zu einem echten klassiker und das ist ein bisschen schwierig kann es die atmosphäre des ersten spiels oder des großen klassikers einfangen kann es die serie so fortführen wie es sich gehört das wollen wir gemeinsam herausfinden und auch wenn es vielleicht nicht das highlight aller spiele geschehen ist ist es doch immerhin ein anständiger shooter der gut funktioniert und auch durchaus laune bringt und deswegen dürft ihr gerne reinschauen infos und links sind wie immer alle in der video beschreibung das heißt falls eben zu faul seid mal eben auf dem kanal durch die videos durch zu klicken die passiert sind die letzte zeit dann einfach hier drunter schauen da ist alles hingeschrieben und verlinkt und sollte findbar sein auch direkt mit playlist und allem dürft ihr gerne machen ansonsten was wir aufgenommen haben mit dem sarten rumpel und mir natürlich und der community auch haben wir weitere sachen für let's slash aufgenommen da haben uns nämlich noch als drittes spiel archblade ausgesucht was auch ein third person spiel hier sieht man auch so leicht manga stil comic-haft angehaucht diese leicht übertriebene geschichte was man auch aus den typischen fighting games kennt wie street fighter und tekken und soul caliber und das ganze zeug so ähnlich ist das ganze nur halt als mehrspieler geschichte und als als schnitzel haut drauf spiel kann man hier auch gut sehen so sieht es dann aus macht ziemlich laune ich war mal wieder überfordert von den ganzen fähigkeiten die man haben kann und von der gezielten steuerung weil es gibt da auch combo attacken die man dann ausführen kann und ist eigentlich ganz interessant muss man sich halt ein bisschen mit beschäftigen alles ein bisschen abgefahrener ein bisschen schneller und macht ordentlich laune und sehr schöne sache haben wir wieder zusammen mit euch gespielt und hat durchaus laune gebracht und falls ihr wie gesagt bei den sachen mit dabei sein wollt dann schaut beim zarten rumpel auf die seite sgt rumpel punkt de glaube ich da steht immer welches spiel als nächstes kommt oder wann wir die nächste aufnahme haben können die gerne dann mit dabei sein und art play ist kostenlos könnt ihr euch also auch selber auf steam holen könnt ihr auch einfach so mal spielen wahrscheinlich werde ich das in irgendeinem stream nochmal wieder auspacken dass ich mich dann ein bisschen mit beschäftige und auch generell mit anderen spielen wird das noch passieren wahrscheinlich dann irgendwelche spontanen streams die dann irgendwie kurz vorher angekündigt werden entweder was heißt also immer per facebook twitter und google plus und wahrscheinlich auch per video was dann halt hochgeladen wird wenn ich online gehe oder halt kurz bevor ich online gehe damit ihr auch alle das mitkriegt und eine sache wir hatten auch einen weiteren stream wir hatten montag den typischen 19 uhr stream ich habe gesagt ich möchte immer montag streamen und da haben wir auch entsprechend warcraft 3 die kampagne weiter gemacht am montag 19 uhr war das hat wieder gut funktioniert haben wir glaube ich auch vier fünf stunden gemacht ich glaube vier stunden viereinhalb stunden irgendwas um den dreh war ziemlich cool mit euch haben wir die orc kampagne eine ganze weile lang gespielt und war sehr cool muss ich sagen auch alles sehr schön teilweise von den missionen gar nicht so erfolgreich aber man kann ja neu anfangen es hat funktioniert und mit euren tipps hat es dann auch gut geklappt und fand ich sehr schön und deswegen es wird auch einen weiteren 19 uhr stream am montag geben weil ich möchte das als diesen festen tag erstmal haben wo man denn weitere streams oder wo man weiß aha mensch da ist ein stream das möchte ich gerne haben und damit ihr auch entsprechend euch das einplanen könnt wird es morgen montag auch einen weiteren stream um 19 uhr geben auf live auf twitch.tv slash rahmschnitzel wie auch immer in der beschreibung verlinkt das ganze und zwar machen wir weiter mit wir können ja mal wieder diablo 3 spielen oder würde ich sagen können wir mal machen wir haben ja noch warcraft 3 haben wir die kampagne ich möchte allerdings werden schon die letzten zwei monate warcraft 3 ich möchte nicht jeden montag das machen deswegen machen wir einfach mal morgen mit diablo 3 weiter da hatten wir schon angefangen mit dem barbaren haben den schon komplett in einem stream durch akt 1 geknüppelt haben den jetzt halb durch akt 2 durch gelutscht und wollen einfach mal weitermachen der barbar alles kein high class zeug kein level irgendwas sondern auf normal einfach normale schwierigkeit mit dem barbara durch latschen weil ich gerne mit dem barbar ein bisschen spielen möchte und das spiel halt noch mal ein bisschen durchspielen möchte weil es ist kein highlight der spielegeschichte des gameplays aber es ist trotzdem ein schönes spiel finde ich schön inszeniert das ganze und deswegen möchte ich nochmal durchspielen haben wir auch schon gemacht deswegen 19 uhr montag morgen also mit diablo 3 und den barbaren in der kampagne weiter und es gab noch einen anderen stream die woche und zwar am freitag zusammen mit der honeyball haben wir uns gekümmert um da steht es oben hearthstone und anno 20 70 haben wir beides gemacht haben wir von wann war das 20 uhr bis glaube ich 1 uhr nachts haben wir also fünf stunden lang gestreamt war ziemlich cool auch wieder mit euch zusammen beide ansichten wurden gestreamt das heißt honeyball hat gestreamt ich habe gestreamt ihr habt alle fleißig zugeschaut oder zum teil zumindest und war auch sehr cool weil da noch ein paar zuschauer mehr dann dazu gekommen sind diesem ganzen event beizuwohnen und wir haben auch danach gesagt es hat uns gut gefallen und es wird sicherlich nicht der letzte stream sein den wir gemeinsam machen wollen es wird wahrscheinlich irgendwann noch einen weiteren stream zu 21 70 geben auch andere sachen kann man immer gut gegeneinander spielen und ist immer sehr lustig wenn man das aus beiden perspektiven sehen kann vor allem bei hearthstone konnte man immer jeweils sehen welche karten wer gehabt hat was so die möglichkeiten waren und hat euch sehr gut gefallen so wie wir das gehört haben und wollen wir gerne nochmal machen wann das sein wird weiß ich nicht genau ich hoffe mal ich kann das ein wenig früher ankündigen das nächste mal das war jetzt irgendwie ein paar stunden vorher dass ich dazu ein video hochgeladen habe ich hoffe mal es wird ein bisschen früher damit man das entsprechend auch einplanen kann ich hoffe mal dass das dann auch hier an diesem wöchentlichen info update news gedöns teil video ding passieren wird und ihr entsprechend frühzeitig informiert seid denn dafür ist das ding da deswegen nächsten sonntag auf wieder 16 uhr eine frage möchte ich noch beantworten die mir aus dem letzten video aus den kommentaren noch in erinnerung geblieben ist und zwar war ich ja zweimal schon draußen mit der kamera rumgerannt und da kam die frage auf was denken eigentlich die anderen menschen die da in der gegend herumstehen wenn da so ein typ mit so einer kamera vor sich her läuft und dann fuchtelt er da rum und erzählt irgendeinen mumpels da in die linse rein ich weiß es nicht genau ich habe sie nicht gefragt ich versuche ich suche natürlich mir orte wo nicht allzu viele menschen drumherum sind oder halt dass ich nicht direkt neben anderen menschen stehen dass die direkt mithören was ich eigentlich rede was sie genau denken keine ahnung fand ich aber sehr cool einmal danach als ich fertig war mit aufnehmen als ich die kamera entsprechend eingepackt habe hat mich dann so ein älterer mann noch gefragt ob er noch ob ich noch irgendein interview bräuchte also im scherz und fand ich sehr lustig also die merken das anscheinend schon aber ich weiß nicht was sie sich dabei denken einige kennen das bestimmt oder die jüngere leute kennen das bestimmt ich wurde auch schon mal wo ich irgendwo anders was aufgenommen habe und kurz pausiert habe entsprechend die kamera weggesteckt habe kam da auch ein pärchen entgegen und das mädel hat dann freundlich gegrüßt fand ich auch cool einfach mal so ich weiß nicht ob ich bezweifle mal dass sie mich erkannt hat aber fand ich sehr lustig also es scheint irgendwie noch was ungewöhnliches zu sein dass halt menschen mit kamera durch die gegend rennen und sich selber filmen und dabei irgendwie wild quatschen aber es ist halt nur ungewöhnlich es ist nicht wo man sich sich den komischer kerl da ja ich bestimmt blöd das passiert hoffentlich nicht und habe ich auch nicht den eindruck und jetzt sollte ich schnell das video beenden und hochladen damit es noch pünktlich zu euch kommt was es nicht passieren wird deswegen vielen dank an dieser stelle bis zum nächsten mal wieder mit hoffentlich neuen fragen ihr dürft gerne weiter in die kommentare schreiben was ihr für fragen habt was ihr schon immer mal wichtiges wissen wolltet oder unwichtiges und wir sehen uns beim nächsten mal nächsten sonntag 16 uhr hier beim wöchentlichen rahmen alle infos der letzten und zukünftigen woche hoffentlich wie gesagt morgen 19 uhr geht es weiter auf twitch.tv ramschnitzel mit dem livestream und diablo 3 das heißt schön aufschreiben schon im kalender markieren und die anderen wichtigen sachen da einfach mal überschreiben ist ja egal einfach mal zugucken und wahrscheinlich wird sie wird es die woche noch einen weiteren stream geben oder vielleicht auch zwei streams keine ahnung und schauen wir einfach mal die werde ich dann halt relativ spontan machen ich möchte ja noch einen weiteren noch einen zweiten festen stream termin haben aber das muss ich mir noch überlegen Tendenz ist so Donnerstag vielleicht Donnerstag oder Mittwoch irgendwas dürft ihr euch ihr dürft gerne mal schreiben auch in die kommentare wann euch das am liebsten wäre wann ihr am liebsten noch weiteren streams haben wollt so regelmäßige form wahrscheinlich dann der andere tag erst ab 20 uhr damit das davor noch ein bisschen mehr zeit ist zum essen und alles was da so dazugehört und schauen wir einfach mal vielleicht kann ich das nächste woche ankündigen wann das denn sein wird ich möchte es einfach mal ein bisschen probieren wann mir das am besten passt und mir das entsprechend einteilen bis hier mal so ein bisschen alltag eingetroffen ist und ich auch sagen kann wann ich da eigentlich zeit für habe deswegen seid gespannt schaut immer fleißig was gerade aktuelle infos da sind und wir sehen uns beim nächsten mal um 16 uhr am sonntag spätestens vielen dank beim bürgerlichen rahmen und tschüss bis zum nächsten mal